hallo und herzlich willkommen zu einer runde endgames ja mal was ganz anderes ab und zu mal schon gespielt ständig gefällt okay einmal habe ich gewonnen ne ne da war ich glaube ich zweiter und schon geht es los oh man das ist so heftig ich habe jetzt schon wieder schwitzige hände man es hat nicht mal angefangen na fuck 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 spinn jetzt kann man gebrauchen ist da noch was drin okay ich muss mich verpissen so eine krasse landschaft geht da hat sich jemand schon so ich bin gespannt wie lange ich halt aushalt je nachdem wie lange das geht werde ich wahrscheinlich noch eine runde dranhängen oder oh nice ich brauche noch ein dia das verzauberungstisch scheiße da ist auch ein verzauberer ah guck mal das noch drohen komm noch ein dia 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 ah ok erfahrungsfläschchen ist auch gut jawoll jetzt brauche ich holz jetzt brauche ich holz jetzt aber halbe minute habe ich noch 20 sekunden leute ist gestorben okay wie kann man in der schutzzeit sterben so 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 aber so so jawoll okay dann nehme ich mit zur sicherheit okay da kommt näher das gönne ich mir jetzt mal schnell noch zum snacken okay gut gut da ist noch eine truhe das war jetzt natürlich dumm okay okay ich komme jetzt auf speed mal gucken ah na wie weit ist der nächste ich komme immer näher ok der ist hinter mir so neue runde neues glück das war jetzt total fail ich hatte nie erschwert und keine chance aber ich glaube das war bestimmt so ein wie heißen die zauberer oder keine ahnung die mit ganz viel tränken naja mal gucken wie lange ich jetzt auch bezahlt mal schauen je nachdem ich glaube ich habe das sogar zufälligerweise noch aufgenommen wie ich der vorletzte wert mal gucken jawoll und weg das war jetzt scheiß ins wasser hä warum werde ich alter sein der scheiß jetzt nichts da gelassen gott leute ist das ist so heftig irgendwie auch schon wieder flüte nämlich bin ich so der pvp typ deswegen ah ne scheiße ich hab die ja gar nicht ah ne ich hoden oh nein was hab ich getan ich dachte die hätte ich eingesackt oh leute so ein fail nur nach halben minuten ich habe keine chance ich habe keine chance ich muss mich irgendwie verpissen ich glaube der andere rennt mir jetzt natürlich auch hinterher ja das war so klar da kommen wir das tun shit 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 ah ne das ist nur ein speedblock den nehme ich mir jetzt trotzdem ich muss doch irgendwo das war ja mal so ein fail ich war jetzt echt davon ausgegangen dass ich okay workbench dass ich die dears mitgenommen habe natürlich mega facepalm so erstmal so man ich brauche noch was zum fressen ist da jemand, ist da jemand, ist da jemand, aaaaaaah ok immer mit gold naja ist jetzt nicht was gibt es denn da, oh 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 da hat dir schwer natürlich keine chance keine chance ok wow super ok ja ich glaube ich tut das finale mal von der anderen runde reinschneiden ansonsten sag ich schon mal zum schluss vielen dank fürs zuschauen wenn es euch gefallen hat lassen doch noch oben da und ja bis zum nächsten spiel oder sonst was ich heiße ich brauche nur workbench nein ist tot mein ganzes eisen ist weg oh leutari muss gewinnen ja echt ey da ist medix hi hi ey da ich hab ich hab alles was du dir vorstellt man irgendwie ich hätte einfach nur den goldapfel früher essen müssen dann halt ich hallo meine lieben Bienen der Hund hat mich mit so schlechten IQ einfach mal getötet ich hätte und ich hab mich umdrehen können ihn nicht so aber ich hab's nicht gemacht weil ich so lass mal die leutari ein bisschen pushen und sagen wie die anderen ausgerüstet sind also diese die machen team oder? ah ne doch nicht ok jetzt eins gegen eins gegen den mamunator und ich backe ne es sind noch drei es sind noch drei äh ne es sind zwei du Lappen ne drei bei mir sind noch zwei fuck 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 bei mir steht crafter auf x und dann mamunator ja mamunator ist auch noch da ja bei mir steht leutari und mamunator bei mir steht noch crafter dabei ja weil du ein Opfer wirst ja ha 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 dann wollen wir nichts machen äh ne der lebt noch äh ne doch weil sonst wer da unter der Todesding stimmt doch fuck 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 ey leutari du bist doch schlecht ja ich laufe in seine richtung komm leutari fick ihn einfach ich sorgs ihm von hinten rrs warte ich sagte seine koordinator er macht es ich seh doch mit dem Kompass ich weiß doch mit dem Kompass 5 5 da ist er da ist er und 32 komm voll in dir wow fuck 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 du bist tot ja oh leutari aber fast äh man leutari aber hey komm ich bin zweiter ne wir sind enttäuscht von dir wenn ich sind enttäuscht von dir wenn wir jetzt nicht erster geworden bin fuck it